Untertitelung des ZDF, 2020 Bereiten Sie sich auf einen Adrenalinkick vor, der Ihnen diesen Monat das Herz höher schlagen lässt. Die Oktoberhighlights, jetzt in Ihrer A1-Vidiothek. Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben. Ein andermal vielleicht. Piraten verseuchen seit Generationen die Meere. So schwor ich sie alle zu vernichten. Jack Sparrow. Er nahm ja alles und füllte mein Herz mit Rache. Affe! Ich will keinen Ärger verursachen! Was für eine schreckliche Lebenseinstellung! Die Stunde der Abrechnung steht bevor. Pirates of the Caribbean. Salazars Rache. Jetzt in Ihrer A1-Vidiothek. Wenn ich eins in meiner Kindheit gelernt habe, dann das. Man hat neue Kontrolle über sein eigenes Leben. Die Halfleys sind zurück. Wer freut sich schon auf den großen Halfley Road Trip? Ah! Das ist perfekt. Dieses Wochenende ist die Player Expo in Indianapolis. Das ist nur fünf Zentimeter weit weg. Neues Fazit. Gregs Tagebuch. Böse Falle. Jetzt in Ihrer A1-Vidiothek. Unser Team ist die Elite der Elite. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Willkommen bei Baywatch. Die Rettungsschwimmer... Sag mal, musst du mich so angrabsen? ...sind zurück. Wieso sieht das immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen? Du siehst das auch? Oh! 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 Komm. Baywatch. Jetzt in Ihrer A1-Vidiothek. Ihr wolltet eine Prophezeiung? Dies ist eure Prophezeiung. Auf keinen Fall... ...werde ich kämpfen. If I play... King Arthur, Legend of the Sword. Jetzt in Ihrer A1-Vidiothek. Willkommen bei A1-ViewControl. Wir haben es Ihnen besonders einfach gemacht, Ihre Lieblingssendungen nie wieder zu verpassen. Denn mit A1-ViewControl steht das Programm jederzeit für Sie abrufbar bereit. Und das ohne zusätzliche Kosten. In diesem Video erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ViewControl auf Ihrer A1-Media-Box aktivieren. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Menü-Taste. Navigieren Sie nach rechts zum Menüpunkt Einstellungen. Wählen Sie dann den Menüpunkt ViewControl. Drücken Sie die Taste Ändern und bestätigen Sie die Aktivierung. Ab sofort nehmen Sie alle verfügbaren Sender auf. Holen Sie sieben Tage Fernsehen nach. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste IPG. Navigieren Sie auf Ihrer Fernbedienung nach links und wählen Sie einen Tag aus. Aktivierte Sender erkennen Sie ganz einfach an der grauen Schattierung. Finden Sie Ihre gewünschte Sendung und drücken Sie dann auf Sendung starten. Mit der Pause-Taste können Sie das Programm jederzeit stoppen und später fortsetzen. Weitere Informationen und Nutzungsbestimmungen finden Sie auf a1.net. Wir wünschen Ihnen viel Spass mit A1-ViewControl. Bis領 müssen Sie das Programm gelockt. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt in ihrer A1-Videothek.